hallo und herzlich willkommen zu unserer business von innen nach außen serie mein name ist charlie stevens du kennst mich vielleicht schon aber hier ist meine kollegin lea werden wir haben uns entschieden diese reihe gemeinsam zu machen bei lea und ich sowieso in letzter zeit ganz viel machen und wir haben wie das gefühl zusammen macht mehr spaß als alleine deswegen und in diesem video wollen wir heute sprechen über deine weisheit im innen und ich möchte beginnen mitzuteilen wie ich das erleben den letzten elf jahren wo ich als business coach für solopreneure arbeite und zwar ohne das statistisch ausgewertet zu haben ich würde sagen weit über 95 prozent der menschen die ich begegne in kennenlernen gespräche in 1 zu 1 coaching oder überhaupt da draußen im markt dass sie irgendwo stehen in ihrem business und vorne in eine fiktive zukunft die es nicht gibt gibt es eine karotte die da hängt wo sie eigentlich sein wollen obwohl sie noch nicht sind also beispiel ich verdiene jetzt 25.000 im jahr als coach und eigentlich möchte ich 50.000 verdienen und ich bin bei 50 möchte bei 100 sein also nur so als beispiel von einer lücke die unser verstand für uns quasi schafft die sagt uns wir müssen dort hingehen und die werkseinstellung oder der default würde man glaube ich sagen auf deutschkeit geht das auch ist die idee ok um diese lücke zu schließen damit ich okay sein kann brauche ich eine idee eine strategie eine struktur einer erfolgsrezept um um diese lücke zu schließen und die der default ist und ich habe diese nicht es hat jemand anders ein anderer coach ein anderer guru ein anderer online vermarkter ein anderer trainer irgendjemand da draußen hat dieses erfolgsrezept und wenn ich es nicht bekomme schaffe ich das nicht die lücke zu schließen oder oder die idee gar wenn ich den online kurs buche dann rettet es mich oder wenn ich das coaching investiert dann rettet es mich und wo wir hinführen wollen heute in diesem ersten video der serie ist hey du hast weisheit in innen dein perfektes erfolgsrezept liegt genau bei dir und an dieser stelle gebe ich einfach so lehr über und meine frage ist nur was hörst du darin was das kribbelt es bei dir zu sagen an dieser stelle zu weisheit sein die es gibt eine gute und eine nicht ganz so gute nachricht da drin und zwar in den momenten in denen du diese lücke ganz massiv führst die unsicherheit der stress die angst zukunft angst existenz angst in genau diesen momenten hörst du und schaust du nicht in diese richtung und du bist mit großer wahrscheinlichkeit in deinem kopf mit den sorgen und ängsten zugange ja und genau in diesen momenten tendieren wir menschen wir alle dazu eben uns irgendwie an diesen da draussen heilsversprechungen in business et cetera zu hängen dummerweise auch wenn das intuitiv sich richtig anführt ist es der weg der uns meistens in die quere kommt das bedeutet dass es jetzt kommt das positive daran dass diese angst und sorge und ich bin noch nicht da und wie komme ich dahin ein wunderbarer warnschuss ist eine waren lampe dass du gerade in die falsche richtung schaust im moment und das ist alles also dort zu merken oh ich will mit diesem amerikaner arbeiten der war alles klar ich bin gerade aufgeregt aufgewühlt in sorge im moment kann ich meinem verstand nicht wirklich trauen der schwingt die geisel und will mich da weiter und dieses weisheit in uns ist auch zu diesem zeitpunkt da aber wir spüren es dann manchmal nicht oder sehen es nicht und hören es nicht aber wenn wir uns wieder beruhigen ein schritt zurück machen eigentlich konnte intuitiv nicht ins tun ins hamsterrad reingehen sondern eine entspannung reinbringen nichts tun tun was uns gerade einfällt das tee trinken rausgehen computer zumachen dann hören wir wieder was wirklich dran ist und das verrückte ist mit diesem wissen in uns dieser weisheit die ist für uns designt ist genau das richtige für uns in diesem moment und das kann sein paul anrufen weil paul der kennt jemand der dieses e mail problem lösen kann anstatt oh ich muss einen dritten e mail kurs absolvieren weil ich immer aber den paul anrufen das wollen wir da wenn die peitsche schlägt nicht hören wir können es aber wieder hören wenn wir runter kommen klar sehen und wissen dass alles was wir tun müssen der nächste schritt ist weil auch um hier hin zu kommen gibt es keinen anderen weg außer den nächsten schritt zu tun das ist das eine was wir und was mir gekommen ist und das zweite auch wenn wir unsere zukunft in den bildesten wunderbarsten farben malen so wunderbar kann es sein oder wild und düster sie ist nie war ja und wir sind tolle geschöpfe und wir können kreieren und unglaublichste unternehmen aufbauen aber was niemand von uns kann ist die zukunft voraussagen vielleicht ganz wenige die kenne ich nicht wir meinen dass wir das können und das bringt uns immer wieder in diese imaginären stürme und geschichten und wirklich zu sehen dass nur der nächste schritt wichtig ist hilft auch den schritt zurückzumachen um den wieder sichtbar zu bekommen ja sehr schön ich hole meine schneekugel raus aber ich finde das ist gut also was wir wollen bei der inneren weisheit ist wie bei einer schneekugel diese wunderbare essenz die sichtbar ist wenn wir klarheit haben in unserer schneekugel das wasser ist ruhig wir sehen durch das tue ich als nächstes 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 und manchmal kommt ein bisschen gedanken rein die uns sagt nee doch jemand anders hat die lösung und nicht ich das ist nicht als weiteres schlimm wo es schwierig wird ist wenn wir darauf kaputt sind immer nur auf unsere gedanken zu hören da entsteht ein gedankensturm par excellence und wenn wir in diese dringlichkeit kommen und nicht klar sehen was lehr sagt ist städte ist städte in schneekugel hin wir haben nämlich in uns eine eingebaute mekanismus was alles ruhig werden lässt und wo die klarheit sich wieder einstellt und vielleicht das einfach mal als bildlicher ja so eine metapher die du denken kannst um deine klarheit zurück zu gelangen ja also vielleicht noch einen kurzen abschluss das könnte so tun wie tue nichts ja das meinen wir nicht es kann sein dass wenn du wieder klar bist dass du spürst ich könnte wirklich noch etwas mehr knowledge wissen im e mail marketing brauchen ok ich schaue mir paulas angebot an aber nicht wenn du dort bist alle haben es und ich habe es nicht und paulas und max und jacks angebot und alle miteinander und du nicht mehr durchblickst also es kommt darauf an von welchem ort her du kommst ja sehr schön danke das ist ein super wichtiger zusatz lehr und wir schicken dich heute raus aus diesem video einfach nochmal mit dem hinweis du hast weisheit im innen und dort liegt alles was du brauchst für deinen nächsten schritt und mehr wirst du gar nicht wissen als dein nächster schritt wir hoffen für dich was aufgemacht zu haben und wir sehen uns im nächsten video bis dahin tschüss 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 tschüss